Hätte auch zum Trocknen rausgelegt werden können, denn alles jetzt im Strafraum der Bielefelder und der Ball im Tor. Mariusz Kukielka nach Vorarbeit von Montianu. Heinz fliegt vorbei und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht, der Torschütze mit dem Rücken. Das war mit Sicherheit nicht so geplant, wird aber dankend angenommen. Er freut sich über den zu diesem Zeitpunkt verdient den Ausgleich.